Geben Sie je ein Beispiel für, jetzt greife ich mal das Hauptwort hier vorweg, Preisdifferenzierung und zwar wir sollen ein Beispiel, je ein Beispiel geben für räumliche, für räumliche Preisdifferenzierung, für zeitliche und für persönliche Preisdifferenzierung. Nun, räumliche Preisdifferenzierung, Beispiel ist Benzin, da nimmt man zum Beispiel im Norden der Republik andere Preise als im Süden der Republik, weil es sich einfach nicht lohnt, aus dem Süden in den Norden zu fahren, um dort für ein paar Cent weniger zu tanken. Ja, da haben wir die klassischen Saisonpreise oder Nachsaisonpreise oder eben die Preise, wenn keine Saison ist, da ist das gleiche Hotelzimmer deutlich billiger als zum Beispiel in der Hauptsaison. Und persönliche, nun da können wir eine Preisdifferenzierung wählen, zum Beispiel für Schüler und für Senioren oder Studenten. Ja, die gleiche Dienstleistung, zum Beispiel Kinobesuch, aber für Schüler und Senioren andere Preise als für die anderen. Wollen Sie lernen ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ewert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass, wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ewert.